Herzlich Willkommen zu Aspire! Und zwar ist es ein richtig witziges Spiel, also nicht nur im Mixed Reality Modus, aber im Mixed Reality Modus auf jeden Fall. Deswegen machen wir jetzt auch eine schöne Mixed Reality Mission. Ihr seht auch, es gibt ganz viele Missionen. Man kann schießen, man kann von Scanner weglaufen, man muss von den Robotern nicht entdeckt werden. Man kann schießen, da ich allerdings nicht herausgefunden habe, wie man schießen kann. Es ist echt kompliziert, ich weiß es nicht, wie es geht. Machen wir diese Missionen ohne Schießen. Das Laser Terror schon witzig, oder das Bewegungssensor, bitte ruhig, wir machen das. Sammeln Sie immer Informationen, ohne den Alarm auszulösen. Das ist witzig, Leute, das ist witzig. So, begeben Sie sich zur Startposition. Wo ist diesmal die... Ah, guck mal, bei meinem Kühlschrank ist die Startposition, okay. Ich bestätige. Aufstellen. Oh, oh. Oh Gott, das ist echt gruselig mit diesen Robotern. Uff. Wie, ich muss hier anfangen und... Oh, der tötet mich ja jetzt doch schon. Alter. Wie soll man... Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, du Held, Hilfe. Ah, ah, ah. Okay. Und hier ist ja jetzt der Scanner gestoppt. Nein, der ist nicht gestoppt. Ach so, jetzt kann ich hacken. Also, hier bin ich ja eigentlich geschützt, oder? Dann kann ich hier jetzt wieder hacken. So. Okay, okay, okay. Ah, okay, da ist jetzt ein Laserpoint. Wahrscheinlich stand ich direkt letztes Mal im Laserpoint. Wo muss ich denn hin? Ah, ich muss zum Ausgang. Okay, okay. Das wäre gut, wenn der mich nicht erwischt und die mich. Wie soll denn das gehen? Oh mein Gott, okay, ich versuche es. Oh, hallo, 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 hallo Nummer 9. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, töte mich nicht. Bin ich das? Ja, Gott. Okay, okay. Okay, schnell. Ah! Okay, das haben wir verkackt. Das habe ich auch gespürt. Komm, neu starten. Oh Gott, die sind so gruselig hier außen. Jetzt kommt sicher wieder der Scanner. Gott, ich muss immer schnell sein. Okay, wo ist der Hebel? Da hinten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Oh Gott, jetzt ist hier wieder hinter mir ein Scanner, oder? Oh, zum Glück bin ich weggegangen. Gut, wie muss ich das jetzt machen, damit ich nicht sterbe? Also eigentlich, wenn es da ist, dann muss ich richtig schnell rüberrennen. Okay, wir warten, bis er zurück ist. Jetzt vielleicht schon? Ja, ich hätte jetzt gehen sollen. Wie soll das gehen? Oder ich renne da rüber. Das könnte ich machen. Ich renne jetzt da rüber. Und wenn er vorbei ist. So, jetzt renne ich da rüber. Oh, nein, das ist groß. Sie töten mich, sie töten mich, sie töten mich, sie töten mich. Sie töten mich, sie töten mich. Sie töten mich, sie töten mich. Sie töten mich. Okay, scheiße, das ist schwierig. Okay, ich mache es nochmals. Ich möchte es einmal schaffen. Leute, einmal. Gott, 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 ist das Aufregel, Leute, Leute. Mein Herz. Okay, das ist ja wieder sehr nett von denen. Also ich gehe da hin, drücke den Hebel und laufe weg. Wo kommen die Scanner? Wo kommen jetzt die Scanner? Keine Scanner? Haben die gemerkt, dass ich schlecht bin? Oder was? Oh, Gott, wie soll das denn gehen? Nee, das schafft man nicht. Das schafft man niemals. Bis jetzt? Oh, Gott, oh, Gott. Das schafft man doch nie. Wie soll das denn gehen? Wie soll denn das gehen? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Kann ich auch schießen? Geht weg. Ja, okay. Hui. Okay, nochmals. Okay. Hier ist der Hebel und schon wieder. Kann der Computer nicht hier sein? Okay, okay, okay. Oh, zurück. Ja, natürlich. Wie soll ich das denn machen? Wo berührt der Scanner mich nicht? Dann muss ich immer wieder zurückrennen. Ja, ich muss immer wieder. Also das schafft man nicht. Doch ich gehe in mein Zimmer. Ich kann ja in mein Zimmer gehen. Das ist gut. Das ist ein Plan. Zack, 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 zack. Oh Gott, in mein Zimmer, in mein Zimmer. Okay. Und sobald er weg ist, renne ich wieder zurück. Oh mein Gott, jetzt. Ah. Schnell, schnell, schnell. Und wieder weg. Wieder weg, wieder weg, wieder weg. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, das ist Sport. Und ich gehe jetzt schon mal. Oh, jetzt sind schon die Laser da. Oh, oh. Okay, okay. Also, ich gehe auch schon wieder. Oh, Leute, das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Und los geht's. Oh, come on. Ich muss noch einmal. Hat sich doch gut gemacht, dass ich hier eine Kamera aufgestellt habe. Braucht das Zimmer doch. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Das war jetzt zu langsam. Das war dumm für mich. Okay. Wir müssen nur noch. Oh, das ist anstrengend. Leute, krass. Okay. Ich hole mir das jetzt zu. Zu. Das geht nicht. Das geht nicht. Hab ich's? Oh, ich hab's schon. Okay, ich kann wieder raus. Aber wie mache ich das denn jetzt am besten? Oh, Leute. Ich muss da hinkommen. Und hier sind die Scanner. Ich muss ja los, wenn der los ist. Also. Dann muss ich hier runter und schnell darüber. Okay, das wird ziemlich... Oh, da muss ich ziemlich schnell sein. Oh, wir gucken mal. Gott, 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 Gott. Okay, okay. Okay, scheiße. Nein, der kommt wieder. Nein, der schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Warte, ich muss mal... Ja, siehste. Nee, das hätte ich nicht geschafft. Okay, zweiter Versuch. Ja, aber das schaffe ich doch nicht. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss... Jetzt wäre es gut gewesen. Aber auf jeden Fall, wenn er hoch geht. Jetzt muss ich wieder warten, weil jetzt... Jetzt geht er zu früh hoch. Okay, das geht nicht. Vielleicht jetzt? Nee, jetzt geht er auch zu früh hoch. Jetzt geht er wieder runter. Doch jetzt, 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 jetzt ist der Zeitpunkt. Hoffen wir... Nein, nein, er geht runter. Das ist nicht der Zeitpunkt. Das ist nicht der Zeitpunkt. Das ist nicht der... Okay, jetzt vielleicht. Jetzt geht er runter. Ja, jetzt, jetzt. Leute, das ist es. Ja, 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 ja. Oh Gott, 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 oh Gott gemacht. Oh Gott, Leute, macht das, wenn ihr ein bisschen Platz habt. Das ist so lustig. Wie gesagt, es gibt noch andere Missionen, aber die finde ich mit Abstand die witzigste. Na gut, haut rein, ich spiele noch ein paar Runden.